Hallo und herzlich willkommen im Keller. Es geht um dieses Ding hier. Und zwar ausführlich. Also seid schon mal gewarnt. Interessant bzw. gedacht soll dieses Video sein für Leute, die ernsthaft über einen Multifuel-Kocherkauf nachdenken und sich eventuell mit dem Polaris Optifuel anfreunden wollen. Polaris... Ne, der Optimus Polaris Optifuel. So heißt das Ding. Das war ganz offiziell. Grundsätzlich ganz, ganz kurz. Das habe ich schon 17 Mal erklärt, deswegen möchte ich mich da kurz fassen. Ein Multifuel-Kocher ist relativ schwer. Dieser Sack hier mit allem drum und dran. Wenn man noch das zusätzliche Reparaturset mit reinschmeißt, wiegt das alles 600 Gramm. Da ist dann noch keine Brennstoffflasche dabei. Die wiegt leer auch nochmal sowas um die 120. Je nachdem, welche Größe man da nimmt. Kann auch ein bisschen weniger sein. Irgend so was um den Dreh. Man ist also so ganz, ganz grob bei 750 Gramm Fixgewicht nur fürs Kochsystem. Allerdings auch noch mit Windschutz. Das ist schwer vergleichsweise. Zumal es ja Gaskocher gibt. Dann nimmst du dann auch noch vielleicht einen Windschutz dazu mit. Aber der Kocher selber, der wiegt sowas um die 20, 25, 30 Gramm. So irgendwie diese Mini, Mini, Mini-Gaskocher. Und dazu noch einen Windschutz. Meinetwegen Titanblech-Windschutz, den ich inzwischen sehr lieben habe meinen. Der wiegt sowas um die 15, 20 Gramm auch nochmal. Und dann bist du bei vielleicht 50 Gramm für dein ganzes Kochsetup. Ohne Gaskartusche wohlgemerkt. Wenn man jetzt nur eine Gaskartusche braucht für die Tour, dann kann man gucken, je nachdem, was das für eine ist. Das ist beispielsweise die 220 Gramm Kartusche. Da wiegt die Kartusche selber, ich glaube, irgendwas so um die Hälfte dessen, was eigentlich dann quasi nochmal drin ist. Also so die Kartusche selber wiegt so 160 Gramm, glaube ich. Irgendwie sowas grob. Ich weiß das nicht mehr ganz auswendig. Aber die Kartusche selber ist schwer. Und beim Gaskocher-Setup muss man die Anzahl der mitgeführten Kartuschen, wenn man die nicht unterwegs entsorgen kann. Es kommt immer darauf an, ob man wirklich eine Expedition, eine Wildnisexpedition macht. Oder einfach nur eine Wanderung im urbanen Raum. Nicht, dass das schlecht wäre. Da heißen halt einfach andere Bedingungen. Zum Beispiel die Möglichkeit, Müll wegwerfen zu können. Und es kommt natürlich noch die ethisch-moralische Frage dazu, dass man selbstverständlich sein Müll auch in der Wildnis wegwerfen kann. Aber dann ist man meiner Meinung nach, Entschuldigung, ein Arschloch. So. Daher Müll muss man mittragen. Das bedeutet, leere Gaskartuschen muss man mittragen. Das bedeutet, bei sehr, sehr, sehr langen Touren überwiegt irgendwann das Gewicht von den vielen, vielen Gaskartuschen, die man mitschleppen muss. Und dann wird so ein Kocher irgendwann effizient. Wir reden hier von 10 Tagen Minimum. Bei länger wird es noch effizienter mit so einem Kocher durch das hohe Basisgewicht. Aber wenn du ganz, 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 ganz viel Gas brauchst und ganz, ganz viele Gaskartuschen, dann irgendwann amontisiert sich das. Zweiter Vorteil. Wann kann man noch so einen Kocher brauchen? Nun, das ist ein Multifuel-Kocher. Multifuel bedeutet, du kannst da alles reinschmeißen, was flüssig ist und brennt, mit einer Ausnahme, nämlich Spiritus. Das ist nicht so schlimm, weil Spiritus, dann nimmst du halt irgendein Teelichtuntersetzerchen und baust dir daraus einen Spiritusbrenner. Also sollte man irgendwann unterwegs nur mit Spiritus kochen können, einen Spirituskocher zu improvisieren ist nun wirklich nicht schwer. Oder eine Bierdose oder sonst was. Das wissen wir alle, dass man das ganz einfach selber bauen kann. Aber für alle anderen Brennstoffe funktioniert der. Außer Holz. Aber man braucht auch nicht mal unbedingt einen Hobokocher, um Holz zu verbrennen. Man kann auch tatsächlich ein Feuer machen. So. Und wie gesagt, ist man irgendwo im letzten, hintersten Winkel der Welt und hat keine Ahnung, welche Brennstoffe da eventuell zu verkaufen sind. Oder auch nicht zu kaufen, sondern zu klauen oder einzutauschen oder was auch immer. Wir klauen natürlich nicht. Eintauschen ist besser. Dann braucht man so einen Kocher hier. Ja, meiner Meinung nach, weil, ne, dann ist man auf der sicheren Seite. So, das sind so die beiden Hauptanwendungsgebiete. Nächster Punkt, weshalb Benzin, beziehungsweise ein Multifuel-Kocher, der mit Erdöl-basierten Treibbrennstoffen, Flüssigbrennstoffen, Erdöl, ja. Erdgas wäre dann die Gaskocher-Variante, betrieben werden kann. Der funktioniert auch bei den tiefsten Temperaturen, die man sich nur vorstellen kann. Vielleicht funktioniert er irgendwann auch nicht mehr, ich weiß es nicht. Aber er ist noch das beste System, wenn es um Kochen bei richtig, richtig, richtig tiefen Temperaturen geht. Mit Gas geht das bis zu einem gewissen Grad auch noch ganz gut. Mit speziellen Gaskochern funktioniert es auch bis zu einem sehr, sehr, sehr krassen gewissen Grad noch relativ gut. Aber wenn wir uns dann beim Bereich jenseits von minus 20 aufhalten wollen, das will keiner, ich weiß, aber theoretisch, dann wären wir auch wieder bei so einem Ding, ne. Also, Spezialkocher, spezielle Anwendungsgebiete. Davon abgesehen, er kocht auch sehr schön, also man kann da auch opulente Sachen drauf zubereiten. Man kann da wirklich wunder kochen wie daheim, quasi, auf dem Ding. Das ist halt nur eine Flamme, aber sonst wirklich fast wie daheim und kleine Flamme, große Flamme, super viel Power, ganz, ganz wenig Power ist alles möglich, alles schön, alles gut. So, und das soll die grundlegende Einführung gewesen sein. Und wer sich jetzt für dieses Ding im Detail interessiert, der darf gerne dranbleiben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wer sich wirklich nicht mit so einem Kocher auseinandersetzen möchte, dieses Video wirklich interessant ist. So, kurzer Schnitt und dann erkläre ich kurz noch, was ich mit dem Ding bisher angestellt habe. So, getestet ist der Tocherwitz bisher bei circa 40 Kochvorgängen, also 40 mal anzünden, so ungefähr, ne. Und danach irgendeine Kleinigkeit kochen. Manchmal auch was Großes, manchmal was Kleines, manchmal mehrere Töpfe mit verschiedenem Zeug hintereinander. Das hat ganz stark variiert, manchmal auch einfach nur eine Tasse Kaffee. Jedenfalls, dabei hatte ich Temperaturen von circa minus 15 bis circa 32, irgendwie sowas. Ich muss sagen, bei allen Temperaturen hat er gut funktioniert. Ich habe verschiedene Brennstoffe durchprobiert. Ich habe es mit Gas nicht bei super, super niedrigen Temperaturen versucht. Rein rechnerisch wäre das auch schwierig geworden. Aber mit Benzin war es überhaupt kein Problem. Muss man nur wissen, wie das dann funktioniert. Dazu kommen wir dann noch. Dinge, die mir negativ aufgefallen sind, um das nochmal vorne wegzunehmen. Koche an sich gut. Zubehör, was dabei ist, könnte meiner Meinung nach noch ein kleines bisschen besser sein. Und man muss ein paar Dinge über die Verwendung von dem Ding wissen. Ja, ja, ja. Und den Rest hören wir dann eben entsprechend später. So, packen wir den mal aus. Ich habe hier jetzt den Standardpackbeutel, der mitgeliefert wird. Ich verwende den normalerweise nicht, nur zur Lagerung hier im Keller. Weil der Beutel selbst wiegt ca. 35 bis 45 Gramm. Genauer war die Waage, mit der ich das gewogen habe, nicht. Viel leichter ist diese Lösung. Weil eine Plastiktüte mit einem schönen, stabilen Zip-Lock wiegt halt nahezu nichts. Der war jetzt schon offen. Der ist nicht aufgegangen unterwegs, sondern der war schon offen. Man kann, wenn man einen großen Topf dabei hat, auch das Ganze mit der Tüte direkt im Topf transportieren. Wenn man da noch ein Handtuch zum Beispiel dazu stopft, dann klappert das auch erstaunlich wenig. Das geht ganz gut. Ich habe es ausprobiert. Kocher mitsamt ein bisschen Zubehör passt in einen 1-Liter-Topf, wenn man die Brennstoffpumpe nicht noch zusätzlich im Säckchen transportiert, so wie sie jetzt hier gerade drin ist, zu erkennen an dem grünen Deckel. Nee, Pumpengriff. Und ja, das sind so Transportmöglichkeiten. Ich würde also schon, wenn man Gewicht sparen möchte und das Ding ist schon schwer genug, dann kann man eben also diese Tüte durchaus weglassen. Ansonsten, die ist super robust. Die ist nahezu unzerstörbar. Wasserdicht ist sie nicht. Wenn also irgendwelches Benzin ausläuft, das noch im Kocher ist, dann landet sie auch in dieser Tüte und das riecht dann entsprechend. Also Plastik hat da meiner Meinung nach Vorteile. Aber da kann man auch gerne anderer Meinung sein. So, der ganze Kocher besteht aus einer Brennstoffpumpe. Die ist dahingehend optional, dass man die nur braucht, wenn man mit einem flüssigerdölbasierten Brennstoff arbeitet. Heißt, Petroleum, Kerosin, Diesel, Benzin. Ja, ich glaube, das sind die vier Wesentlichen. Theoretisch auch Wahlöl. Braucht man nur dann. Braucht man nicht, wenn man den Kocher mit Gas betreiben möchte. Das ist allerdings nur insofern interessant, weil man hat ja so einen Kocher, damit man ihn mit allem betreiben kann. Das heißt, wenn man dann rausgeht und hat die Pumpe nicht dabei, dann kann man gleich genauso gut einen leichten Gaskocher mitnehmen. Und meiner Meinung nach wäre das vollkommen sinnlos. Könnte man aber theoretisch tun. So, die Pumpe besteht aus einmal hier diesem Anschluss. Da kann das entsprechende Schläuchlein zum Kocher montiert werden. Des Weiteren gibt es hier ein On-Off-Ventil für die Pumpe. Es gibt noch ein weiteres am Kocher. Es gibt eine Pumpvorrichtung. Die pumpt jetzt momentan gerade nicht. Das zeige ich euch nachher noch, wieso. Und das hier ist der Ansaugschlauch. Der soll ins Benzin hängen, wenn die Pumpe eben entsprechend in der Benzinflasche drin ist. Das hier ist die Pumpöffnung für die Luft. Also wenn du pumpst, dann kommt hier Luft raus. Und die sorgt für einen gewissen Druck in der Benzinflasche. Was dazu führt, dass das Benzin aus der Flasche durch hier dieses Objekt dann eben entsprechend ins Köcherchen fließt und dann brennt es, wenn man es anzündet. So, auseinandernehmen kann man bei der Pumpe erstmal hier dieses Ding da unten. Das machen wir später. Dann kann man, das muss man auch relativ häufig tun. Das ist so ein Verschleißteil. Das sollte man regelmäßig warten. Deswegen zeige ich euch das auch gerne. Ob ich das da hinten überhaupt noch abschraube, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich lasse es eher sein. Aber hier drin befindet sich das sogenannte Pumpenleder. Das ist in meinem Fall leider sehr, sehr eingetrocknet. Und das muss man ja auch noch ausführlich nachher besprechen. Aber normalerweise ist hier jedenfalls das Pumpenleder, das funktionierende Pumpenleder. Das hier funktioniert ja eben nicht. Dann haben wir hier eine Feder. Und wir haben das Deckelching. Und im Deckelching befindet sich, nein, befindet sich tatsächlich sogar noch nicht mal ein Dichtungsring. Alles aus Metall. Bis auf das Leder, das ist aus Leder. Der Rest ist Metall. Der komplette Kocher enthält so gut wie überhaupt keine Plastikteile. Mit Ausnahme von diesem Schlauch. Das ist Plastik. Ansonsten, alles Metall kann man hochwertig finden. Also ich finde es hochwertig. Hier haben wir den Dichtungsring. Den Hauptpumpendichtungsring. Da ist er. Der ist wichtig. Den sollte man hin und wieder mal einfetten. Mit dem Kocher beiliegenden Silikonfett. Gibt's für ganz kleines Geld in riesigen Flaschen. Leider ist im Lieferumfang enthalten nur so eine kleine Tube. Die hält nicht besonders lange. Meine ist so gut wie leer und ich hab den Kocher jetzt noch nicht so lang. Andererseits, man braucht auch nicht viel von diesem Fett. So, dann haben wir einen Schlauch. Zum besseren Transport mache ich den immer ab. Der lässt sich aber super leicht montieren. Am Kocher zeige ich euch gleich. Der besteht aus einmal das Ende, was halt eben im Bereich des Kochers angebracht wird. Und einmal das Ende, das auf die jeweilige Brennstoffquelle drauf gehört. Wir haben hier einen Universalanschluss. Universal heißt, der passt einmal auf die Brennstoffpumpe. Weil die Brennstoffpumpe lustigerweise das Schraubventil einer Gaskartusche besitzt. Weshalb wir dieses Ding eben auch auf jede bediebige handelsübliche Gaskartusche draufschrauben können. Das müsst ihr mir jetzt einfach glauben. Das mache ich jetzt nicht extra. Und zwar schraubt man das dann da einfach durch. So und fertig. Und man muss das nicht extra so groß rotierend drehen. Sondern es gibt hier extra so ein Drehdingens, mit dem man das auch festschrauben kann. Ohne den Kocher dann drehen zu müssen. Sondern man hat hier halt eben diese Vorrichtung. Das alleine schon sehr, sehr, sehr genial. Das gab es früher auch nicht. Ich hatte schon andere Benzinkochern, die hatten das nicht. Und da musstest du dann teilweise wirklich so drehen, um die Schraube zuzuschrauben. Das war gar nicht mal so lustig. So. Dann der eigentliche Kocher. Wie gesagt, ich transportiere es, lagere ihn vor allen Dingen. Und transportiere ihn, auch wenn ich ihn längere Zeit mal nicht benutze. Also wenn ich ihn jetzt von morgens bis abends, wenn ich ihn abends sowieso wieder brauche und morgens wieder brauche, dann lasse ich ihn auch ganz plätt zusammengebaut meistens. Aber zum Lagern mindestens würde ich vorschlagen, dass man den schon ein bisschen auseinander nimmt. Dann ist er gut geschützt. Beziehungsweise lagert sich gut. Das ist der eigentliche Kocher. Der ist dahingehend ein bisschen problematisch. Und das ist vielleicht so ein kleiner Nachteil, dass hier dieses relativ lange Ding absteht. Das ist wichtig. Das kann man auch nicht demontieren. Nicht wirklich zumindest. Und das macht das Packmaß von dem Kocher ein bisschen kompliziert. Und man hat beim Verpacken hin und wieder ein bisschen Angst, dass einem dieses Ding kaputt geht, weil es halt so blöde absteht. Bisher nicht mal im Ansatz irgendwann jemals in Gefahr gewesen, dass das kaputt gehen könnte. Das ist alles Stahl. Das ist massiv. Dadurch ist das Ding halt nicht unbedingt leicht. Aber das geht nicht kaputt. Dazu gehört jetzt hier diese Stellschraube. Und hier kann man nun regulieren. Und zwar super fein regulieren. Wie viel Sprit denn hier jetzt aus dem Kocher rauskommen soll. Und damit halt eben quasi die Größe der Flamme. Bei der Lagerung auch wieder wichtig. Ventil immer offen lagern. Musste ich auch erst lernen. Hat mir auch jemand freundlicherweise in die Kommentare geschrieben. Wenn du dich angesprochen fühlst, vielen herzlichen Dank. Weil da drin ist auch wieder ein Dichtungsring. Und wenn du den die ganze Zeit zugedreht lagerst, dann verliert er natürlich schneller seine Elastizität. Also wenn man ihn schön offen und geschmeidig eben entsprechend lagert. Auch diesen Dichtungsring, wie alle anderen Dichtungsringe auch, sollte man, das braucht man wirklich nicht oft machen. Aber vielleicht einmal jährlich oder vor und nach einer ganz ganz großen Tour kurz ein bisschen einfetten. Gut. Der hat hier so lustige Füße. Die lassen sich ausklappen. Funktioniert immer noch wunderbar. Auch wenn man das ein paar Mal gemacht hat. Dann kann man den wunderbar auch auf jeden sehr gut und auch unhebenen Untergrund stellen. Das funktioniert mit diesen Füßen wirklich ganz hervorragend. Ich habe noch keinen Untergrund gefunden, wo ich das Gefühl hatte, dass der Kocher irgendwie unsicher steht. Hat man ein paar Steine da und so weiter, dann kann man das alles wunderbar ausbuxieren. Eine ganz leichte Schräglage stört beim Kochen auch nicht unbedingt. Das einzige Problem ist dann höchstens, dass der Inhalt im Kopftopf halt ein kleines bisschen Schräglage hat. Und je nachdem, wie voll man den Topf macht, läuft er dann aus. Aber ansonsten, das geht auch wunderbar. Vielleicht vom Spritverbrauch auch nicht so ganz optimal. Aber ich hatte noch nie Probleme, irgendwo ein Plätzchen zu finden, wo man den Kocher hätte aufstellen können. So. Folgendes. Wir demontieren mal weiter, um die Einzelteile noch kurz zeigen zu können. Viel zu demontieren ist es nicht mehr. Hier innen drin befindet sich normalerweise die Prallplatte. Das ist das Ding. Es gibt übrigens noch einen Schalldämpfer für den Kocher. Das ist quasi eine erweiterte Prallplatte, die dafür sorgen soll, dass er nicht so viel Lärm macht. Habe ich nicht, kann ich nichts zu sagen. Weil wiegt nochmal zusätzlich und das Ding ist schon wirklich schwer genug. Prallplatte steckt da normalerweise so drin. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass die, wenn man sie so aufsetzt, nicht so festhebt, dass man sich nicht Sorgen machen müsste, dass man sie verliert. Deswegen mache ich sie grundsätzlich immer selber ab. Und ja, packe sie hier dazu in die Kocher-Tüte eben entsprechend mit rein. Habe noch keine Prallplatte verloren. Ich denke, wenn man da vorsichtig ist, dann verliert man die auch nicht. Aber die sitzt schon einigermaßen fest. Nur wenn man halt damit hantiert und das Ganze verpackt, dann geht sie ganz gerne mal schnell ab. So. Ich mache sie jetzt nochmal wieder runter. Aufgrund dessen, dass ich ja nochmal ein bisschen Kocher demontieren möchte, um die jeweiligen Teile noch ein wenig vorzuführen. Die Prallplatte ist der eine verrußende Gegenstand vom Kocher. Wenn man die Prallplatte einmal pro Woche bei täglichem Gebrauch ein bisschen sauber macht, dann kann man mit dem Kocher wunderbar hantieren. Ich habe den Kocher selber noch kein einziges Mal geputzt, ohne rußige Finger zu kriegen. Wenn man immer nur mit Reinbenzin arbeitet, wohlgemerkt, dann rußt der so gut wie gar nicht. Also das ist faszinierend. Das hatte ich bei anderen Benzinkochern so auch noch nicht. So. Jetzt haben wir hier drin in der Mitte die Düse. Die Düse ist jetzt diese Schraube, die ihr hier unten sehen könnt. Ja. Da die Schraube, die Schlitzschraube quasi. Und in der Mitte von diesem Schlitz, dieser Schlitzschraube, befindet sich nämlich tatsächlich ein winzig kleines Loch. Das kann man jetzt wahrscheinlich nicht sehen. Und dieses winzig kleine Loch ist die Düse. Ich schraube das mal kurz ab. Dann sieht man das auch besser. Das braucht man nicht. Man hat ja mitgeliefert noch dieses Kocher Multitool. Da kann man alles verschraubseln, was am Kocher irgendwie zu verschraubseln ist. Das wiegt leider auch schon. Ist auch aus Stahl. Warum das Ding auch aus Stahl sein muss, weiß ich nicht. Das hätte ich gerne in Titan, muss ich ganz ehrlich sagen. Bin mir ziemlich sicher, dass das auch in Titan funktionieren würde. Aber naja. Also zum ordentlichen Kocher demontieren muss man das nicht zwingend in dieser Reihenfolge machen. So. Zeige ich euch gleich, was ich da rausgeholt habe. Nächster Schritt. Hier unten aufschrauben. Dafür haben wir wieder unser Tool. Ne, das war es nicht. Also jede Stelle von dem Ding ist für eine bestimmte Schraube. Man muss dann halt so lange rumprobieren, bis man die passende gefunden hat quasi. So. Schraub, schraub, schraub. Schraub, schraub, schraub. Schraub, schraub. Dieses Ding wichtig. Nicht verlieren. Ganz wichtig. Bloß aufpassen. Die Kleinteile sind zum Teil wirklich winzig, 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 winzig. Bloß aufpassen beim Kocher auseinandernehmen, dass man die nicht verliert. Wenn man keine Ersatzteile dabei hat, gibt es alles käuflich zu erwerben. Aber wenn man keine Ersatzteile dabei hat, dann heißer Hopsasa. So. Und jetzt sieht das Ganze so aus, dass hier jetzt der eigentliche Kocher locker im Gehäuse hängt. Wenn man den da jetzt rauskriegen will, klappt man am besten nochmal das grüne Ding hier ein. Und jetzt muss man den da einfach im Grunde rausfüllen. Friemeln und der ist da durch das Loch hier. Da ist so eine Öffnung und da passt das dann durch. Und das ist ein bisschen gefummelt und dann hat man sie irgendwann draußen. So. Das ist der eigentliche Halter vom Kocher. Der wiegt eigentlich gar nicht so. Der ist schon schwer. Alternative Kocher, die aus Titan sind, sind deswegen leichter, weil dieses Teil aus Titan ist. Und da kann man, na, das wiegt schon, das wiegt schon. Da kann man sicher gleich mal 100 Gramm sparen oder irgendwie sowas. Wenn jetzt noch dieses schwere Ding hier auch noch aus Titan ist, ich weiß nicht was bei den Titan kochern alles aus Titan ist. Da habe ich mich jetzt nicht so intensiv auseinandergesetzt. Ich mag lieber robust. Aber dann könnte man nochmal ordentlich sparen, weil das ist das schwerste Teil vom ganzen Kocher. Also als Einzelteil. So, hier unten klebt noch ein Vorheizpad. Das kann man da abziehen. Das mache ich mal spaßeshalber. Das tut ja nicht weh. Das ist dafür da, um Benzin aufzusaugen. Dann brennt das hier unten und heizt den eigentlichen Kocher voll vor. Und wenn der Kocher große Temperaturen erreicht hat, dann kann man eben die Brennstoffleitung aufziehen. Und dann kommt da entsprechend das Benzin nur noch gasförmig raus und gar nicht mehr flüssig. Und dann brennt es wunderbar. Wie das Ding brennt, da habe ich euch schon in diversen anderen Videos Beispiele für gezeigt. Darum soll es hier jetzt gar nicht so sehr gehen. Ich will mal ausnahmsweise nicht groß rumzündeln in einem Video. So, kurzer Schnitt. So, die eigentliche Düse, also das, wo die Flamme herauskommt, das ist eben dieses Schräubchen. Das hatte ich ja schon erwähnt. Die ein ganz, 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 ganz feines Loch hat. Und dieses ganz, ganz feine Loch kann man mit der Düsennadel, das ist das, was man in der Düse findet, wenn man den Kocher demontiert. Dieses Teil hier. Ja, kann man sogar erkennen, dass da so eine kleine Nadel drauf ist. Hier an der Hutkrempel sieht man es. Und mit der kann man, wenn die Düse jetzt maximal verstopft wäre und total verdreckt wäre, kann man mit dieser winzigen Nadel das winzige Loch sauber machen. Leute, die eine Brille brauchen, sollten sie mitnehmen. So, ansonsten, die steckt da drin, kurz vor dem Loch, so zusammengesetzt quasi. Und jetzt kommt dieses Teil ins Spiel. Weil dieses Teil, diese Platte hier auf diesem Schraubenschlüssel, darunter befindet sich ein durchaus nicht ganz unstarker Magnet. Und mit diesem nicht ganz unstarken Magnet, daran haftet hier die Reinigungsnadelspindel. Und wenn wir jetzt beim Kocher von unten kommen, wo jetzt das Ganze drin sitzt, inklusive der Reinigungsnadel, und kommen da von unten und hantieren da dran rum mit diesem Magnetding, dann bewegen wir entsprechend die Reinigungsnadel, die in ihrer Düse sitzt, und machen die Düse so regelmäßig sauber, ohne den Kocher erst demontieren zu müssen. Das ist sehr, sehr, sehr clever. Viele andere Kocher haben eine sogenannte Schüttelnadel. Da sitzt die Nadel da auch locker drin und du musst den ganzen Kocher schütteln. Und dann bewegt sich natürlich auch wieder die Nadel und macht die Düse etwas sauberer. Aber noch effizienter, weil du gezielter die Düse sauber machen kannst, ist meiner Meinung nach diese Variante. Wenn man das beim laufenden Kocher macht, besteht ein gewisses Risiko, dass er ausgeht. Andererseits hat man beim laufenden Kocher auch die Möglichkeit zu sehen, oh ja, hat funktioniert, jetzt ist die Düse wieder sauber, jetzt brennt er wieder besser. Wenn er anfängt zu stottern, so ungefähr so klingt das dann, dann sollte man überlegen, ob man nicht ein bisschen die Düse sauber machen möchte, oder der Druck auf der Flasche reicht nicht ganz aus. Diese beiden Möglichkeiten im Wesentlichen gibt es, wenn der Kocher macht. Ein Kleinteil habe ich noch vergessen. Ein Kleinteil befindet sich nämlich noch in der Pumpe. Pumpenleder hat... Böses Handy. So, Pumpenleder hatte ich euch gezeigt. Es gibt noch ein weiteres Kleinteil hier drin. Wenn man das da aufschraubt, dann befindet sich da drin der Kraftstofffilter. Weil da wird ja direkt der Kraftstoff eingesogen, hier durch diese kleine Öffnung. Da. Diese kleine Öffnung, da geht der Kraftstoff durch. Und je nachdem, was für ein Kraftstoff das ist, enthält er ja ein gewisses Maß an Partikeln. Zum Beispiel Feinstaub. In flüssiger Form. Und deswegen befindet sich hier drin ein Kraftstofffilter. Den kriegt man da raus, wenn man diesen hier macht. Tada! Könnt ihr den Kraftstofffilter sehen? Ich hoffe, man kann ihn einigermaßen erkennen. Ein ganz, ganz, ganz winziges Drahtgeflecht. Auch ganz, ganz fein. Das einfach verhindern soll, dass größere Partikel da durchkommen. Ist der verstopft? Je nachdem, mit was für einer Art von Brennstoff man arbeitet, geht das früher oder weniger schnell. Schlechtes Deutsch. Egal. Aber ist der verstopft Pro-Tipp, den ich nach langem Recherche gefunden habe. Option A. Man nimmt ein Schleifpapier und schleift ihn ein bisschen ab. Weil der ist meistens nur oberflächlich verstopft. Danach ist er zwar kürzer, also noch kürzer, als dieses winzige Ding sowieso schon ist. Aber danach soll er angeblich wieder funktionieren. So. Also das ist Pro-Tipp 1. Wusste ich noch nie machen. Gebe ich jetzt einfach mal so weiter. Pro-Tipp 2. Und das habe ich schon ausprobiert. Man nimmt einen Zigarettenfilter und schneidet ihn auf die entsprechende Größe zurecht. Das hat funktioniert. Also kann ich nicht sagen, dass das schlimm gewesen wäre. Ja. Und Pro-Tipp Nummer 3 ist das Ding total zu. Nimmt man es einfach raus und macht es halt ohne. Da muss man ständig entsprechend mehr die Düse putzen. Und kann vielleicht nur einmal kochen. Und danach muss man den Kocher komplett zerlegen. Und wieder alles sauber machen. Nicht nachdem, mit was beim Brennstoff man arbeitet. Aber gehen tut es dann auch noch. Also es ist nicht so, dass man dann nicht kochen kann. Man braucht nur einfach mehr Zeit. So. Leider, die Originalfilter, die gibt es zwar durchaus käuflich zu erwerben. Die sind aber vergleichsweise teuer. Und in einem Maintenance-Kit. Und sowas hier. Das ist jetzt das ganz kleine, das Minimalistische. Nur mit den Verschleißteilen. Sind zwei davon drin. Das heißt, wenn man wirklich nur diese Dinger braucht. Und man muss sich jedes Mal so ein Teil kaufen für zwei Stück. Dann kostet eins irgendwas so um die 8 Euro. Das ist natürlich ein bisschen bitter. Aber wie gesagt, ich habe jetzt noch keinerlei Verschmutzungsstellen an dem Ding hier irgendwie feststellen können. Und ich habe wirklich schon eine ganze Weile mit dem Dingerich gekocht. Und wenn man wirklich weiterhin guckt, dass man immer schön mit Reinbenzin arbeitet, was man nicht muss, aber was man zumindest versuchen kann, zumindest wenn man in Deutschland unterwegs ist, dann hebt so ein Ding wirklich lange, 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 lange. Also nach meiner Erfahrung jetzt bisher. Gut, dann kommen wir auch gleich zu dem Punkt, an dem ich das Pumpenleder ersetzen möchte. Das muss ich nämlich sowieso machen. Ich habe nämlich einen Fehler gemacht. Und merkt euch das bitte, lasst nicht die Pumpe, um Gewicht für den Deckel für die Spritflasche zu sparen, ich hole mal schnell die Spritflasche, lasst die Pumpe nicht ständig im Benzin hängen. Hier mal zwei Spritflaschen. Das hier ist die mittlere Größe, es gibt noch eine kleinere, das ist die größte Größe. Eine größere gibt es nicht. Das ist der reguläre Deckel. Der wird mit geliefert. Den nicht wegschmeißen. Ihr seht, ich habe nur einen, weil ich war der Meinung, ach Deckel, von wegen, ich spare Gewicht, ich nehme die Pumpe als Deckel. Und das ist doof, weil dann leidet das Pumpenleder in der Pumpe eben sehr. Das mag nicht die ganze Zeit im Benzin getaucht und unter Druck eben in dieser Flasche drin sein, weil dann trocknet es aus. Und deswegen sieht mein Pumpenleder so aus. Hui! Na, da, Hutkrempel wieder. Man kann es, glaube ich, sehen. Und fühlt sich furztrocken an. Und ich musste jetzt beim letzten, beim letzten Versuchen zu kochen, musste ich das mit wirklich, wirklich viel von diesem Zeug hier einschmieren. Und dann konnte ich, ja, vielleicht circa 40, 50 Mal pumpen. Und man muss so circa 20 Mal pumpen, um überhaupt einmal den Kocher anschmeißen zu können. Gegen Ende konnte ich nur noch so circa 30 Mal pumpen, mit einmal einschmieren, um wenigstens einigermaßen Druck aufzubauen. Das heißt, das Leder ist wirklich hinüber. Das ist derart ausgetrocknet. Und auch jetzt wieder ist es furztrocken, obwohl ich es erst neulich wieder nochmal eingeschmiert hatte, bevor ich das Ganze verstaut habe und so weiter. Ähm, vielleicht, nach dem, was man so im Internet auch lesen kann, an Reviews zu diesem Kocher, ist das Pumpenleder so ein bisschen ein Schwachpunkt. Vielleicht sollte man überlegen, ob man sich nicht einen Vorrat an Pumpenledern zulegt. Oder ob man nicht irgendwie irgendeine Alternative zu so einem Pumpenleder sich einfallen lässt. Zum Einschmieren des Pumpenleders habe ich inzwischen recherchiert. Natürlich geht das. Das kann ich auch bestätigen, dass das geht. Was aber auch geht, was ich auch mal zwischendurch ausprobiert habe jetzt, ähm, ungefähr ähnlich gut wie das mit dem Silikonzeug, das hebt halt nur länger, ne, das bleibt länger drauf, geht es auch mit Butter, ne. Oder stinkt nur mal im Öl oder welches Fett auch immer man da hat. Zur Not geht auch das. Also es gibt manche Dinge, die man improvisieren kann. Erstens halt eben diese kleinen, diese kleinen Filterchen mit Zigarettengedönse und das Pumpenleder, wie man das, man könnte vielleicht auch ein Gummi nehmen, man könnte sich das vielleicht mit irgendwas anderem, ich weiß nicht, wie man das improvisieren soll, weiß nicht, wie man eine Idee hat. Deswegen muss ich es leider austauschen. Und das geht, indem man es abschraubt. Das mache ich jetzt auch zum ersten Mal. Ich habe es mir aber vorher entsprechend durchgelesen. Okay, Schraub, Schraub ist falsch. Man muss das Leder nach hinten etwas umbiegen. Dann kommt hier die Schraube zum Vorschein und dann hat dieses Ding hier ein Loch, ne, das Multitool, mit dem man alles bearbeiten kann, was irgendwie am Kocher dran ist. Und damit kann man dann die Schraube natürlich auch lösen. Okay, das war noch nicht gelöst genug. Und kriegt sie dann auch ab. War immer noch nicht gelöst genug. Ich bin ja kein großer Handwerker. Aber ihr seht, wenn ich das hinkriege, dann ist das offensichtlich vom System her so gut, dass das geht. So, die muss er nicht verlieren. So, und das hier ist jetzt mein altes Pumpenleder. Sieht sehr trocken aus. Ist auch ein bisschen rissig an verschiedenen Stellen. Vielleicht wäre es nochmal gegangen, weil was ich jetzt gerade beim Hantieren mit dem Leder, das habe ich mir nicht getraut, ohne einen Ersatzleder zu besitzen. Aber jetzt, da ich eins habe, kann ich ja auch mit dem Ding ein bisschen hantieren und stelle fest, was auch gegangen wäre, wäre wahrscheinlich, und das habe ich dann auch nochmal irgendwann recherchiert, das Leder einfach ein bisschen zu weiten. Es war, also eben sah das Leder noch so aus, dass das wirklich sehr, sehr eng zusammen war. So ungefähr. Und die Funktion von dem Ding ist ja, dass es hier durch dieses Rohr getrieben wird und muss das Rohr dabei abdichten, damit man da drin überhaupt Druck erzeugen kann. Ja, wenn das nämlich nicht luftdicht verschlossen wird vom Leder, dann entsteht da logischerweise auch kein Druck, wenn man hier die Fahrradpumpe macht. Und was ich eben noch gelesen hatte, war, manchmal reicht es auch aus, um das Pumpenleder wieder funktionsfähig zu kriegen, dass man es etwas weitet. Und das habe ich ja jetzt quasi getan. Und wenn ich es jetzt so wieder montieren würde und nochmal schön einfetten, dann würde es mit Sicherheit auch wieder gehen. Also da bin ich jetzt wirklich überzeugt von, dass das gehen würde. Das ist mir aber als Risiko zu hoch und ich werde das auch behalten als Notfall-Ersatz-Pumpenleder, weil es da noch nicht völlig hinüber ist. Das Risiko ist mir trotzdem zu hoch und deswegen nehme ich jetzt ein neues Pumpenleder. So, besagt es. Neues Pumpenleder befindet sich hier im kleinen, leichten Wartungskit, das man kriegen kann für 16 Euro. Grob, derzeit, aktueller Preis. Das variiert ja immer, je nachdem, wo man im Internet kauft. Da ist drin. Einmal Ersatz, Schmiere. Übrigens beim Kocher, wenn man den so kauft, dann ist da einmal Schmiere dabei und ein Werkzeug dabei. Und das war es dann aber, glaube ich, auch an Zubehör. Also mehr Ersatzteile kriegt man nicht. Also einmal neue Schmiere. Ein neuer Ring fürs Vorheizen. Da muss ich sagen, der hier ist noch super. Also die halten auch schon sehr, sehr, sehr lange. Da muss man sich schon Mühe geben. Hier der Unterschied zwischen gebraucht und neu. Da muss man sich schon große Mühe geben, dass man die wirklich verschleißt. Irgendwann sind sie verschleißt. Aber das kann man wieder ganz einfach improvisieren. Tatsächlich einfach mit Watte. Mit Tampon, mit Verbandmull, mit was auch immer. Das ist nicht so wichtig, was das für ein Material ist. Klar, wenn man Watte, Verbandmull, Tampon oder ähnliches nimmt, die kannst du höchstens ein, zweimal verwenden. Das Ding ganz oft. Also auf die Dauer würde ich mir dann schon auch gerne wieder so ein Ding kaufen wollen. Aber sollte es daran scheitern, dass das unterwegs verbraucht ist, deswegen funktioniert der Kocher trotzdem. Das ist also mehr so ein Komfort-Teil. So, dann sind da noch diverse Dichtungsringe in der Tüte. In allen möglichen Größen ein Dichtungsring für jede Dichtung, die der Kocher hat. Ich würde für eine längere Expedition schon empfehlen, die Verschleißteile, also sprich Dichtungsringe, Pumpenleder. Hier der große Dichtungsring, schön zu sehen. Ja, und auch diese kleinen Filterchen und so weiter, das würde ich halt einfach gerne mitnehmen. Tue ich auch, ja. Und würde auch empfehlen, jemand anderem das ähnlich zu tun. So. So, hier im Direktvergleich. Neues Pumpenleder, altes Pumpenleder. Äh, also hier, das da, zwischen meinen, also das ist von mir aus gesehen rechts im Bild, hier das. Das ist das Neue und das andere ist das Alte. Der Unterschied ist wirklich nur klein. Ich werde also das Neue jetzt schon verbauen, werde das Alte aber auf jeden Fall noch aufheben, weil so kaputt ist es dann scheinbar doch noch nicht. Weiß man erst, wenn man den Vergleich hat zwischen einem Neuen und einem Alten, woher soll man das denn vorher wissen? Deswegen finde ich das schon wichtig, dass ich das mal ausprobiere. Sonst stehe ich irgendwo in der Wildnis und mein Kocher funktioniert nicht und ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Das wäre dann ja auch wieder blöd, ne? So. Baue ich jetzt einfach mal das Neue wieder ein. Schnitt. Das Ganze wirkt jetzt relativ kompliziert. Vielleicht. Also für den Gaskocherbesitzer oder den Trangiabesitzer und Trangia-Gernhaber. Ich habe Trangias auch gerne davon auch gesehen. Ja, da muss man halt null Wartung jeweils machen bei einem Benzinkocher. Für mich ist das so ein bisschen der Motor des Outdoors. Der braucht Wartung hin und wieder. Ja, der muss geölt werden, der muss gefettet werden, der muss sauber gemacht werden und so weiter und so fort. Das muss man, glaube ich, schon mögen. Der Vorteil ist, so ein Benzinkocher, der hebt ein Leben lang. Ja, da sind ja, die Verschleißteile sind austauschbar. Wenn man sich da einen gewissen Vorrat von denen zulegt, dann kann man das Ding vererben. Bin ich von überzeugt, weil was soll da bitte kaputt gehen? Andererseits beim Gaskocher, was soll da bitte kaputt gehen? Schon nicht ganz falsch und auch so ein Trangia hebt im Grunde ewig. Mich aber trotzdem, mir gefällt einfach die Möglichkeit, meine Ausrüstung pflegen, reparieren oder sonst irgendwie was zu können. Und viele, viele Verschleißteile lassen sich ja eben auch improvisieren. Das finde ich auch nochmal so cool. Ich denke, wenn man die notwendigen Fähigkeiten hat, dann kann man auch so ein Lederdingens irgendwie improvisieren. Sich selber aus Leder eben entsprechend ausschneiden. Dafür bin ich viel zu blöd. Aber es wird sicher Leute geben, die das hinkriegen würden und so lange rumexperimentieren, bis sie vielleicht nicht ein ganz so schönes Pumpenleder haben, aber doch irgendwas, was zweckdienlich genug ist, um eben zu funktionieren. So, jetzt mein Pumpenleder ist jetzt wieder so sehr geweitet, dass ich jetzt gerade Schwierigkeiten habe, es da reinzukriegen. Das ist gut, das war vorher anders. Jetzt ist drin. Ja, und gleich ein ganz anderes Gefühl mit der Pumpe. Jetzt baut sich jetzt schon Druck auf. Ich muss die jetzt wirklich mit Gewalt, mit Schmackes runterdrücken, damit ich sie überhaupt reinkriege. Und ihr wisst es vielleicht noch aus dem Anfang vom Video, da konntest du so machen, ohne jeden Widerstand, weil da einfach keiner mehr da war. Also das ist jetzt ein ganz, 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 ganz anderes Gefühl. Muss ich sagen. Sandkorn. Und jetzt läuft die Pumpe wieder so richtig schön massiv und man hört da unten gleich auch, ich halte es mal vor das Mikrofon. Da entweicht jetzt auch richtig, richtig Luft. Man merkt also richtig, wie da jetzt Druck aufgebaut wird. Funktioniert also wieder wunderbar. Ich bin begeistert. Kocher, einsatzbereit. Again. So, und das andere Pumpenleder, das fette ich mir jetzt auch nochmal ein, damit ich es nicht trocken lagere und hebe es mir auf für irgendwelche Notfälle. Ich denke, es würde dann auch wieder funktionieren. Man muss es nur mal rausnehmen, nur mal schön einfetten. Natürlich, das ist alles kompliziert, ja. Also machen wir uns nichts vor. Das ist viel komplizierter als alle anderen Kocher, die es so gibt. Aber irgendwie macht es Spaß. Blödes Argument. Vielleicht könnt ihr es nicht nachvollziehen. Dann ist es auch in Ordnung. Völlig in Ordnung. Ich will ja jetzt niemanden dazu verleiten, so einen Kocher zu kaufen. Muss ja wirklich nicht sein. Er hat seine Vorteile, er hat eine ganze Reihe Nachteile, aber ich habe da groß Freude mit. So. Wir bauen wieder zusammen. Also ich. Und dann geht es weiter. So, Kocher soweit wieder zusammengebaut. Das geht auch wirklich ganz flott. Wenn man da nicht so doof ist wie ich, dass man das Vorheizpad leider draußen lässt und das Ganze nochmal auseinanderschrauben muss, um das Vorheizpad wieder reinzubauen. Aber im Grunde geht das wirklich ganz flott. Jetzt muss man auch hier gerade das Kabelchen dran schrauben, wenn er wirklich funktionieren soll. Das ist ja auch noch nicht. Dazu muss man ihn vorzugsweise erstmal wieder zusammen. Da kann auch eigentlich nichts kaputt gehen. Das ist auch ein super robuster Mechanismus. So. Schraub, schraub. Ich habe leider noch etwas Silikon. Das war die Prallplatte. Die fällt halt schon mal hin und wieder ganz gerne runter. Und ja. Also eigentlich sollte man vielleicht den Schlauch drehen und nicht den Kocher um den Schlauch. Aber zum Festmachen nehmen wir wieder unser Multitool. Für alle Erdenklichen. Welches passt denn da? Ah, das weiß ich leider auch noch nicht so ganz auswendig. Moment. So rum. Jetzt ist fest. Und nun gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten. Entweder man schraubt das hier auf eine Gaskartusche. Das habt ihr aber auch noch in jedem anderen Video zu diesem Kocher schon gesehen. Inklusive meine. Oder sonst guckt euch irgendein anderes kurzes, was drei Minuten angeht. Da erfahrt ihr das auch alles. Ich wollte mal ein bisschen was erzählen, was alle Leute noch nicht wissen. Alternativ kann man eben hier an diesem Anfluss dann logischerweise, das habe ich ja auch schon gezeigt, die Pumpe dran schrauben. Und wenn man jetzt die Pumpe in so eine Flasche hängt. Übrigens wichtig, man braucht tatsächlich für die Optimus Pumpe eine Optimus Flasche. Zum Beispiel MSR-Flaschen funktionieren nicht. Da zeige ich euch gerne auch mal schnell wieso. Moment. Hier MSR-Flasche. Könnte man meinen, du brauchst schon keine neue Flasche kaufen. Kannst du die MSR-Flasche nehmen? Habe ich zuerst auch gedacht. Ist leider nicht so, weil die MSR-Flasche hier zu sehr Flaschenhals hat. Die hier sind flacher. Seht ihr das? Diese Formunterschied. Das sieht nicht schlimm aus, ist aber tatsächlich entscheidend, weil hier halt eben dieses Ding hier dran hängt. Und aufgrund dieses Dings komme ich da nicht rein. Geht nicht. Oh. Geht ja doch. Krass. Das kriege ich jetzt wahrscheinlich nie wieder da raus. Ja. Okay, es geht schon. Ich möchte aber nicht diese Fummelerei jedes Mal haben. Vom Gewinde her müsste es, glaube ich, sogar passen. Also, okay. Man kann zur Not eine MSR-Flasche nehmen. Wieder irgendwas gelernt. Ist immer schön, wenn man vor laufender Kamera irgendwelche Dinge lernt, die man nicht für möglich gehalten hat. Egal. Jedenfalls, hier passt die deutlich besser rein, weil halt der Flaschenhals nicht so lang ist. Und deswegen geht das hier völlig problemlos. Und schraub, schraub, schraub. Na? Wo ist das Problem? Jetzt. Ich bin mir zu blöd an, Gewinde zu bedienen. Gewinde sind kompliziert. Schraub, 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 schraub. So, und jetzt sieht das Ganze so aus. Das kann man jetzt so irgendwo hinlegen. Und dann muss man hier noch pumpen an der Pumpe. Das spare ich mir jetzt. Und dann zündet man den an und so weiter. Und das habt ihr in 28 anderen Videos auch schon gesehen. Mir ging es darum, wirklich so ein bisschen die Wartung des Kochers und die Einzelteile und so die Details eben ein bisschen zu zeigen. Ich bin rundum zufrieden, muss ich sagen. Ich hätte jetzt kritisiert, dass das Pumpenleder so schnell verschleißt. Aber offensichtlich war ich da einfach nur zu blöd, das eben halt regelmäßig einzufetten und einfach mal rauszunehmen und einfach mal ein bisschen zu dehnen und ein bisschen besser einzufetten. Dann wäre es auch mit dem anderen Pumpenleder noch gegangen. Es gibt jetzt noch einen Nachteil, den ich tatsächlich erwähnen möchte bei dem Kocher. Dadurch, dass der halt diese Universaldüse hat, die für alle Brennstoffe gleichzeitig funktionieren soll. Ist der Gasbetrieb schwierig anzuzünden? Da habe ich, glaube ich, noch rumliegen noch ein paar interessante Szenen, die ich dazu gerne jetzt hier mal noch reinschneiden möchte, wo man dann sehen kann, dass man zum Beispiel das Ding, wenn man mit Gas kochen möchte, mit einem normalen Feuerzeug fast nicht angezündet bekommt. Das seht ihr dann jetzt gleich alles. Aber ich möchte es nochmal kurz kommentieren. Was funktioniert denn dann, wenn ein normales Feuerzeug nicht funktioniert? Gehen tut problemlos zum Anzünden des Kochers ein Sturmstreichholz. Einfach reinhalten und das kann der Gasdruck nicht auspusten und das ist genügend Flamme und damit geht es eigentlich ziemlich gut. Da habe ich jetzt noch keine, muss man auch zwei, drei Mal gemacht haben daheim, aber vielleicht braucht man auch zwei oder drei Streichholze. Aber gehen tut es. Es ist ein bisschen kompliziert. Es ist ein bisschen manchmal auch etwas nervig, aber man sollte schon in der Lage sein, das hinzukriegen. Was auch nicht geht, ist ein Feierstil. Weil wenn man die Prallplatte drauf hat und die muss man drauf haben, bevor man den Kocher anzündet, weil so nachher kriegt man sie nicht mehr drauf, ohne sich die Pfoten zu verbrennen. Man hat die Prallplatte dann eben drauf und dann muss man versuchen, einen Funken unter der Prallplatte, also am Rand der Prallplatte durchzubekommen, der dann gleichzeitig das ganze Gas, was sich da dann mehr oder weniger ansammelt, anzündet. Das ist eher schwierig. Also erfahrungsgemäß mag es vielleicht nach ganz, ganz viel Rumgestrike mit dem Feierstil auch irgendwann gehen, aber doch eher schwierig. Normales Feuerzeug sage ich euch gerne auch sehr schwierig, weil wir kommen, also beim Gasbetrieb, ja, beim Benzin ist kein Problem. Das Pad ist ja gleich hier hinter den Öffnungen, der hat ja diverse Öffnungen, man sieht es hier, da ist gleich das Pad. Und da kommt man mit der Flamme vom normalen Feuerzeug auch problemlos hin. Ja, das Benzin-Vorheißpad, gar kein Problem. Im Gasbetrieb allerdings muss man mit der Flamme sehr nah an die Düse, ne, und die sitzt hier oben wirklich schön versteckt und du hast keine Chance, mit der Flamme da wirklich dran zu kommen, weil du mit dem Feuerzeug hier jeweils nicht wirklich reinkommst, es sei denn, du machst halt wirklich so, dass du den Kocher schräg hebst. Man will aber den Kocher, wenn man vorhat, ihn anzuzünden, vielleicht nicht unbedingt schräg heben, insbesondere dann nicht, wenn danach dann so eine Stichflamme rauskommt, weil man das Gas ein bisschen schon ein wenig stark aufdrehen muss, sonst kriegt man ihn nämlich überhaupt nicht an. Also, wesentlicher Tipp fürs Anzünden im Gasmodus, Gas schon ein bisschen ordentlich aufdrehen. Also, nicht nur so mini, 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 weil man Gas sparen möchte, das kriegt man schlechter angezündet, als wenn man es wirklich so ein bisschen, bisschen, ja, eine Viertel bis eine halbe Umdrehung vom Regelventil, diesen Ding hier, sollte es schon sein. So, sehr einfach lässt es der Kocher auch im Gasbetrieb und in jeder Betriebsart, scheißegal, betreiben, wenn man sich ein schönes Sturmfeuerzeug einfach noch zusätzlich in die Füte, wo der Kocher reingehört, noch dazu wirft. Das habe ich bei der Gewichtsberechnung eingerechnet, ja, also 700 Gramm, ist inklusive auch eines solchen Sturmfeuerzeugs. Und da hat man hier halt diese lustige Jetflamme und mit der kommt man wunderbar bis zum Gas und kann das Gas gut entzünden und alle Probleme sind gelöst. So, und soll ich das kurz vormachen? Ich mache das kurz vor, ich mache das kurz vor. Ja, einmal kurz anzünden und wieder ausfällig überleben, ohne in meinem Keller zu ersticken. Daheim bitte nicht nachmachen. So, liebe Kinder, wie gesagt, bitte nicht nachmachen, das ist im Grunde nicht schlau, was ich hier tue. Das ist es wirklich nicht. Aber, Demonstration 1 mit Jetflame-Feuerzeug, äh, nee, fangen wir mal schlecht an. Versuchen wir mal die Variante Streichholz. So, im Idealfall, man macht das ja immer hier alleine, das heißt, man hat erst ein brennendes Streichholz. Jetzt dreht man hier auf. Seht ihr? Brennt nicht, brennt immer noch nicht. Und selbst wenn ich es reinschmeiße, ganz vorsichtig aufzudrehen versuche. Na, nicht geschafft. Evelyn kann das. Die hat das entsprechend notwendige Fingerspitzengefühl. Aber es ist halt nicht leicht. Und wenn es nicht leicht ist, dann ist es schon blöd. Und das nervt schon ein wenig. Und jetzt liegt ja der Rest vom Streichholz drin. Das kommt dann noch erschwerend dazu. Dann hat man so Streichholzleichen in seinem Kocher, die einem auf die Nerven gehen. So. Das kann schon wirklich nerven. Das ist so. Definitiv. So, nächster Versuch. Sturmstreichholz. Die brennen nicht lange, deswegen werde ich erst aufdrehen. Oh. Ja. So. Kocher brennt. Mit Sturmstreichholz geht's. Okay. War nicht schön. Der hatte auch noch nicht, ich weiß nicht, ob man das gesehen hat, er hatte noch nicht einen ganzen Kranz, einen ganzen möglichen Flammen, hatten ja auch nicht alle gezündet. Das passiert relativ häufig am Anfang. Das geht dann nach und nach. Wenn er sich noch ein bisschen aufheizt und wenn man noch ein Kopfgefäß draufstellt und so weiter, irgendwann geht dann auch alles an. Das kann so ein paar, keine Ahnung, 30 Sekunden bis eine Minute, kann das dauern. Aber wir haben gesehen, hat zumindest so halbwegs funktioniert. Ich möchte nicht garantieren, dass es nicht eventuell nochmal ausgeht. Das kann nämlich auch passieren im Gasbetrieb. Also Gasbetrieb ist wirklich eine Schwierigkeit. Wenn er dann mal brennt, dann brennt er gut mit Gas. Das geht alles dann prima. Das ist nämlich das Problem. Aber bis er brennt, kann das wirklich nervig sein. So, wie kriege ich das jetzt da wieder raus? Das nächste Problem, man schüttelt wieder das Streichholzrestchen aus seinem Kocher. Das sind so kleine Nervigkeiten. Das sind so kleine Nervigkeiten. Also Benzinbetrieb tadellos. Ja, möchte ich nochmal betonen, Benzinbetrieb funktioniert einfach tiptop. Da gibt es überhaupt nichts auszusetzen. So, jetzt Variante. Jetflame Feuerzeug. Okay, was lange währt. Auch nicht so einfach. Habe ich auch noch nicht so oft gemacht. Hätte man noch ein bisschen mehr üben müssen. Aber gehen tut's. Es gibt Leute, die schreiben in den entsprechenden Reviews zu dem Kocher, es ist vielleicht ein ganz kleines bisschen tricky, aber sobald man den Dreh raus hat, ist es total einfach. Gut, bei diesem Moment bin ich noch nicht angekommen. Da muss man auch dazu sagen, ich nutze den Kocher nicht primär mit Gas. Gas ist für mich eher so eine sekundäre Option. Weil wenn ich einen Gaskocher nehmen möchte, dann schleppe ich nicht dieses Riesengestell mit. Das macht überhaupt keinen Sinn. Der kocht zwar auch mit Gas ganz schön, aber das macht einfach keinen Sinn. Wenn ich einen Gaskocher mitnehmen will, dann nehme ich einen kleinen. So was hier. Das ist ein Gaskocher. Da macht das dann auch Sinn, einen Gaskocher zu verwenden, weil man da nicht diesen ganzen Kladderadatsch mitschleppen muss, sondern nur so ein winzig kleines Dingelchen. Klar, okay, man braucht natürlich einen größeren. Wenn man einen größeren Topf draufstellen möchte, dann muss man einen größeren nehmen, ist klar. Aber ansonsten, ja, und die Schwierigkeit, ihn eben mit Gas zu entzünden, ja, wie schlimm ist das? Das muss jetzt jeder selber für sich wissen. Die Leute, die überhaupt keine Schwierigkeiten haben, weil sie nicht wie ich zwei linke Hände haben, für die ist es ja ohnehin kein Problem. Für denjenigen, der ihn gar nicht anbekommt im Gaszustand, Gasbetrieb und ihn einfach wieder nach zurückschickt, weil er meint, der Kocher ist kaputt oder der Kocher ist scheiße oder was auch immer. Das halte ich auch für ein bisschen übertrieben. Ja, ist der eine große Kritikpunkt vielleicht. Vielleicht. Vielleicht gibt es noch Leute, die was andere schlimmer finden an dem Kocher. Das Gewicht, das ist halt wie es ist. Dafür ist er auch unzerstörbar. Alles Stahl, null Plastik, alles Metall. Und ich bin wirklich sehr, 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 sehr zufrieden. Ich zweifle keine Sekunde daran, dass mich der Kocher in Grönland nicht im Stich lassen wird. Sollte er es doch tun, dann werde ich mich hinterher natürlich nochmal beschweren. In Videoform. Aber, also ich finde den top. Ich finde den top. Und die Kocheigenschaften per se sind wirklich, wirklich ausgezeichnet. Auf winzig, kleiner Flamme arbeiten können. Ist ganz, 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 ganz toll. Zur Effizienz. Zur Effizienz muss man jetzt noch auf jeden Fall was sagen. Ich habe gemessenen Brennstoffverbrauch, jeweils nur Benzin. Gas ist äquivalent dazu. Ähnlich. Generell etwas weniger, aber ähnlich. Von den Verhältnissen her. Von maximal 20 Gramm, um einen Liter kochendes Wasser zu erzeugen. 20 Gramm Benzin, das ist so ungefähr 25, so 30 Milliliter. 28, 27, irgendwie sowas. Wer lieber einen Milliliter messen möchte. Ähm, das habe ich dann, wenn es draußen saukalt ist. Also im Bereich von krassen Minusgraden. Ja, wirklich einige Minusgrade. Dann braucht er so viel Sprit. Das ist nämlich auch temperaturabhängig, nämlich. Weil das Wasser, was man draußen entnimmt, unterschiedlich kalt ist und so weiter und so weiter. Ähm, wenn wir draußen circa 8 Grad haben. Ne, 4 Grad habe ich gemessen. Das war so die Hauptmessreihe, die ich gemacht habe. Das war bei circa 4 Grad. 4, 5 Grad, irgendwie sowas. Ähm, da brauchst du bei den entsprechenden... Moment, ich zeige euch nochmal kurz den Topf dazu. Und bei diesem Topf, beziehungsweise Kessel, der hat hier unten so Lamellen. Die erhöhen nochmal die Effizienz. So einer ist etwa 20% effizienter als einer ohne diese lustigen Lamellen da unten. Und es hat den Vorteil, äh, Ruß bildet sich schon am Topfboden, wenn man mit Benzin arbeitet. Aber hier ist es scheißegal, weil da kommt man ja nicht hin. Ne, ne, dadurch, dass du hier diesen schönen, sauberen Rand drumrum hast. Der steht dann da auf, ne, und brennen tut es bloß in der Mitte. Und das, das sorgt dafür, dass der Topf einfach sauber bleibt. Und man kommt nicht mit dem Ruß in Berührung. Man braucht sich um rußige Töpfe einfach keine Gedanken mehr machen. Finde ich sehr praktisch. Jedenfalls, der ist dadurch sehr effizient. Und des Weiteren kommt da dann noch dieser Windschutz hier drum. Achtung, der gerade raschelt. Für Leute, die rascheln nicht mögen. Nicht zuhören, nicht zuhören. So, ich muss sagen, ich wusste zuerst auch nicht so ganz, was ich von diesem Windschutz halten soll. Ich bin inzwischen heilhaft begeistert von dem Ding. Das ist der beste Windschutz für mich, den ich je hatte. Ich sag euch auch warum, weil... Lassen wir kurz nochmal hier die Kamera runter. Hochreiching hier hin. So, nehmen wir mal an, der wäre jetzt an. So, jetzt stelle ich das hier drauf. Und jetzt soll dann auch der Windschutz dazu. So. Zack. Und dadurch... So. Und wenn da jetzt nicht so viel Zeug auf dem Tisch gelegen wäre, wäre es auch schneller gegangen, ja. Der lässt sich einfach super schnell drum nehmen. Den macht man schnell zu. Das funktioniert auch bei Brennen im Kocher wunderbar. Dadurch, dass das hier Titanblech ist, wird das auch nicht so schnell heiß. Man hat also wirklich genug Zeit, auch selbst wenn man hitzeempfindliche Hände hat wie ich, das wunderbar zuzumachen. Und dafür brennt man sich kein Stück. Wichtig ist, der Magnetverschluss soll natürlich wirklich nach unten, weil der Magnetverschluss sonst kaputt geht. Wenn der die Hitze abbekommt, hier oben im oberen Bereich. Und zur Belüftung des Kochers haben wir, das könnt ihr jetzt nicht sehen, Moment. Ja, den Hauptschlitz hier. Da kriegt der auch genug Luft. Der sollte mal gucken, dass man das auf der Windabwandenseite nach Möglichkeit positioniert. Und dann klappt das wirklich wunderbar. Und das passt auch vom Format her ganz, ganz hervorragend, weil der Windschutz wirklich so ungefähr den Durchmesser hat, dass mein Kesselchen da noch genau reinpasst. Das würde ich als ein sehr optimales Kochsetup ansprechen wollen. So, und mit diesem Kochsetup 16 Gramm pro Liter bei etwa 4 Grad Außentemperatur. So, na sagen wir mal 14 bis 16 Gramm pro Liter. Ja, so ungefähr um den Dreh. Also oft sind es auch eher 14. Das hängt so ein bisschen davon ab, wie effizient ist man mit dem Vorheizen, wie schnell macht man den Windschutz drum, um, ja, wie viel Wind geht überhaupt, auf welcher Höhe befindet man sich. Ich habe das jetzt an mehreren Orten eben entsprechend ausprobiert. Gehe mal eher von 14 aus. Ich glaube, es ist eher 14 Gramm als, 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 na, 16. Und im Sommer, naja, wir haben eine Woche vom Kocher gelebt. Alles, was wir so, fast alles, was wir so gegessen haben, haben wir auf dem Kocher entsprechend eben heiß gemacht. Wir haben auch richtig gekocht zwischendurch. Wir haben nicht nur heiß Wasser gemacht und dann irgendwelches Zeug aufgekippt, was dann nur noch ziehen muss, sondern wirklich auch ordentlich normale Nudeln gekocht, mehrfach und solche Sachen. Und wir hatten diese Flasche in voll dabei. Und als wir nach Hause gekommen sind, war noch so viel drin. Ja, nach einer Woche. Und wir haben morgens Kaffee gemacht, teilweise auch für mehrere Leute. Wir waren eine Gruppe. Und also im Sommer ist der Spritverbrauch wirklich mini, 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 mini. Wenn du noch nicht mal eine halbe Flasche, also die darf nur bis hier gefüllt werden, ja, und wenn sie bis dahin noch voll war, dann war noch ungefähr, ja, etwa ein Drittel. Also zwei Drittel der maximalen Füllhöhe haben wir schon verbraucht. Aber das war in der ganzen Woche. Und ich finde, das ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr überzeugend. Genau gemessen habe ich es für den Sommerbetrieb nicht, wie viel Sprit er da frisst. Ich denke mal, mehr als 10 Gramm werden das nicht gewesen sein. Wichtig für den optimalen Spritverbrauch beim Kochen nicht Vollgas und in drei Minuten kocht das Wasser. Das geht zwar, aber das ist nicht der optimale Spritverbrauch, ja. Nur weil es schneller kocht, heißt das nicht, dass man deswegen möglichst wenig Brennstoff pro kochendes Wasser verwendet hat, sondern man hat rausgehauen ohne Ende. Dann geht hier eine Menge Hitze am Topf vorbei und der Wirkungsgrad ist relativ gering. Wenn man es eilig hat und unbedingt in drei Minuten kochendes Wasser haben möchte, ist das aber möglich. Vielleicht nicht unbedingt drei Minuten, aber drei Minuten zehn. Dann wirklich. Das geht schon. Grundsätzlich würde ich wirklich für die meisten Autonomalverbraucher zu Gas raten. Wer Gas nicht mag, der kann ja gerne beim Spiritus bleiben. Mit Spiritus kochen macht ja auch Freude. Das macht ja auch richtig, richtig, richtig Spaß. Aber wenn man weiß, dass man das Ding braucht oder sich erfolgreich einbildet, dass man das Ding braucht, beziehungsweise einen Multifuel-Kocher braucht, nicht zwingend diesen, das ist sicherlich einer der Besseren. Es gibt für noch mehr Geld noch ein bisschen leichtere, aber wir reden hier von 150 Gramm. Höchstens, höchstens, was die noch leichter sind. Als Gesamtsystem, ja. Der Kocher selber, der mag viel leichter sein, als hier die Stahlvariante. Aber du hast ja trotzdem eine Pumpe, die nicht aus Titan ist. Du hast trotzdem eine Brennstoffflasche, die nicht aus Titan ist. Du hast eine Spritleitung, die nicht aus Titan ist. Und ja, also 550 zu 700 Gramm. Das wäre halt der Unterschied in den jeweiligen Setups. Um nochmal einen Anglizismus rauszuhauen. Klar, das sind 150 Gramm. Das ist schon schön. Aber ob das jetzt wirklich diese enorme Preisdifferenz wert ist und ob Titan ein so nachweislich ewig haltendes Material ist für einen Kocher, das weiß ich nicht. Das kann schon sein. Aber ich weiß es nicht. Ich weiß aber, dass diese Benzinkocher zum Teil, also in solcher und ähnlicher Bauform, wirklich ewig existieren und ewig halten. Und an diesem Grundprinzip, wie die gebaut sind, dass das wirklich dieses massive Stahldinger sind, daran hat sich auch nicht viel geändert, seit die gebaut werden. Und ja, da bleibe ich lieber wirklich dabei. Also diese Titanteile, das muss wirklich nicht sein. So. Nee, fällt mir jetzt nicht mehr ein. Ich denke, das Allermeiste habe ich dazu gesagt. Macht's gut. Tschüss.